Was macht das? Was kommt? Ah, der Strom läuft. Wird ein bisschen arg heiß. Der scheiß Plastik da ist Leitläger wie das Metall von uns. Im Leben macht normalerweise kein Problem. Nächste. Hat dein Auto auch mal wieder geputzt? Warum verputzen, wenn es vergolden geht? Jetzt sehe ich, alles was ich anfasst wird Gold. Ah ja. Aktivator? Nein, entfällt mir nicht. Aktivieren tue ich da eh nix. Muss du. Soll ich ihn da aktivieren? Sollte. Sollte. Spannungsgeladene Schöne Kaffee Das reicht schon. Jetzt geht es, oder? Ja. Das ist noch was spülen. 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 Das ist noch was spülen.